so weiter geht's heute mit dem assassin squid syndicate und ja probieren was war heute die kopfgeldjagd auf die reihe bekommen oder haben das gebiet jetzt ach das ist nur dieses teilgebiet ok dann nimm mal das auch mit das kindquartier eigentlich nur ein anderes so andere dings gewesen an das gebiet gewesen so und jetzt noch mal heute ein bisschen auf kopfgeldjagd da ihr bloß nicht den anschluss muss man ich hab noch die typen da so dann machen wir heute mal weiter hier mit dem eine jobs kreis den wir ja schon mal hatten haben wollten ich habe gar nichts gemacht ich weiß gar nicht wo du bist aber egal da läuft eh immer dieselbe route wir dürfen nicht zu der kutsche kommen jetzt habe ich dich die frage ist wo muss ich hin so der kutsche das wäre doch lustig noch dann habe ich jetzt keine polizei haben oder so ich trage nur mein gott alter stimme steht mir doch nicht unnötig in dem weg ja olle lauf lauf weg das ist traurig dass die mir jetzt hier noch wenn man ganz schnell rennen muss oh nein oh nein der könnte ja gar der könnte irgendwas tragen so ich muss jetzt gucken wie ich in die kutsche komme die da vorne steht ja super das ist genau das was ich eigentlich vermeiden wollte der ist halt ein gegner oder steht ja den muss ich jetzt ausschalten erst mal weil 240 meter ist nicht ganz einfach wenn sie hinzugehen ja anonym werde um das ziel abzuschließen hau doch ab mein gott alter so jetzt ist ich will die mission da war die weg so hätte ich geschafft mein gott was für eine mission kopfgeldjagd abgeschlossen zieht sie wieso ich hab ja wohl den zurückgebracht ich hab die aufgabe erledigt das ist erstmal das wichtigste so dann können wir heute noch einen teil machen nochmal detail jetzt haben sie einfach mal abgeschlossen klar das müssen wir auch noch machen wie sind wir denn jetzt überhaupt mindestens hauspark ok ich geh mal kurz in synchropunkte im kutz da oben holen wir haben mit weiteren fähigkeitspunkte halten das ist immer ganz gut das ist unser zug glaube ich meines wissens ja ja dann fett hier unten lang genau ja eigentlich wie gesagt war es in der letzten folge alle kinder befreit auch das ist doch immer gut wie man die doch gleich mit die gleiche mission ja wenn ich hier gleich bin aber erstmal reden synchropunkt hier den raum noch definitiv um einfach zu gucken was war man denn hier so ein bisschen noch aber wie gesagt wir machen in dieser folge doch noch hier diese fabrik fährlich so meine freunde ich brauche euch jetzt mal du bist angehäumt an meine seite so ich halte dir den rücken frei okay man was eine fetzerei gerade scheiße das war der vorweiter vermutlich ich vermute dass das kann der vorarbeiter war der da reingehüpftes mit naja wie gesagt wir machen jetzt bei stepliga erstmal ein bisschen die nächsten folgen befreiung 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 so halte noch mal ja ja das ist so dass ich in ruhe medizin war gut wo soll denn überhaupt jetzt born gerade so ein bisschen nur so nebenbei okay das ist eigentlich weniger gemeint aber hier wollte ich wollte ja diese kinderbefreiung gehen eigentlich weil das heute ein bisschen alles geplant alles das war man nämlich heute ich könnte freunde die mir helfen könnten ich muss mal gucken ob ich mich voll zum level her kann ich habe ja zwei dinger da haben wir das doch verteidigung 1 immer gut nah kam schaden leider kein level ab so ich brauche mal eure kleine hilfe hier unten weil dann kann ich nicht weiter arbeiten warte mal hier unten sind die du folgst mir ich bin da wenn du mich zählst du mich brauchst so ich stecke gerade mal alles die lage hier ab so einmal kurz hier rein gut gemacht feuert wenn ihr bereit seid so ich bin da ich bin da das ist auch mein freund super So. Go! Was ist da los? Schuldigung, mein Kind. Vielen Dank, Mr. Willst du nochmal wenig wegmachen? Warum machst du das? Oh ja. so tot hier könnte geben der vorbeitrags tot soweit ich das richtig verstanden habe hat dies oben wahrscheinlich deswegen sage ich ja es ist sehr wichtig dass wir hier gerade mal so die frage ist wie haben wir noch ein feind rumrennen gar nichts mehr wirklich nur oder zwei haben wir noch aber wer der die aufgabe ist erledigt okay sehr gut so gut dann würde ich sagen wir haben wir sind in der nächsten folge wieder und dann gucken wir mal was wir als nächstes machen welches gebiet wie wieder dann befreien